Ich versuche alle Tiefwins in Minecraft zu schaffen und deswegen muss ich mich heute um eins der schwersten kümmern. Und zwar heißt das Monsters Hunted. Denn um das zu bekommen, muss ich jedes Monster mindestens einmal töten. Und da ich bis jetzt in Minecraft nicht so ganz inaktiv war, habe ich bereits 31 von 36 Monstern. Das Problem ist nur, die letzten 5 sind auch die schwersten. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze nach Aufsteigen der Schwierigkeit. Also fangen wir an mit dem Bokt. Also, so heißt der wirklich auf Englisch. Kein Plan, wie der auf Deutsch heißt. Versunkener anscheinend auf Deutsch. Dazu müssen wir allerdings erstmal auf die Nacht warten. Und davor brauche ich mal das ganze Ding ab, welches ich in der letzten Folge benutzt hatte, um alle Mace Achievements zu sammeln. Jetzt, wo ich das gemacht habe, ist immer noch nicht Nacht. Das hat ja auch nicht so lange gedauert. Deswegen gehe ich jetzt nochmal ein bisschen Holzfarmen. Einfach, weil ich die Holzfarmen nice finde und ja, Holz kann man immer gebrauchen, I guess. Vielleicht hätte ich davor mal ein paar Zapplings mitnehmen sollen. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich mit dem Dude, der da oben sicherlich noch chillt und jetzt nicht schon längst gespawnt oder runtergefallen ist, machen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Irgendwie hört sich das nicht so gut an. Und dann ist es auch schon an der Zeit, dorthin aufzubrechen, wo wir die Box finden. Und zwar in einem Sumpf. Slimes nehme ich auch immer sehr gerne mit. Ist er das? Ja, das ist er! Der bockt! Moin! Erstmal gesehen und direkt umgebracht. Willkommen in Minecraft. Damit haben wir das erste Monster schon mal abgehakt und sind somit bei 32 angekommen. Somit würde ich sagen, ist das nächste Monster auf der Liste die Endermite. Für die Endermite brauchen wir allerdings Enderperlen. Und zum Glück habe ich eine Enderman-Farm im End. Okay, wir gehen hierher, um einfach hier ein paar aus den Kisten zu nehmen. Ich würde sagen, ich teleportiere mich mal ein bisschen rum. Na! Na, Bro! Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Ich habe mir so viele geholt und es bohrt beim ersten! Was? Das ist krass, Leute. Das ist echt krass. Oh mein Gott, Bro. Ja. Sorry. Top. Jetzt, wo wir nur noch drei Monster auf der Liste haben, ist das nächste der Stray. Und ich hoffe, ich weiß auch hier, wo ich ihn bekommen kann. Aber jetzt mal ehrlich, wie kommt man auf die Idee, eine Random Tür im Inventar zu haben? Hier sind wir richtig. Achievement hier. Ist die gerade vom Himmel gefallen? Was geht bitte mit dir ab? Ich würde sagen, wir müssen jetzt warten, bis es nacht ist. Weil sonst halt keine Skelette spawnen. Na, das sieht doch schon besser aus. Ich hoffe mal, dass wir jetzt auch Monster spawnen. Dreh! Du musst dich verwandeln. Ja, warte mal. Komm her. Das ist ein gutes Stray. Ja, ja. Komm her. Komm her. Ha! Du Noob! Du Noob! Zitter nicht. Ah! Moin. Ja, genau. Dich brauche ich. Auf einmal kann er oben drauf laufen. Ja, moin. Aber das ist sehr gut, denn jetzt fehlen nur noch zwei Monster. Und das vorletzte Monster, was uns daran hindern möchte, unsere Mission zu schaffen, ist der Ravager. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hast du den noch nicht besiegt? Du hast doch schon ein Totem. Und ja, ich habe ein Totem und ich habe eine Raidfarm. Aber in der Raidfarm muss man halt die Ravager nicht besiegen. Und ich würde sagen, ich gehe da jetzt mal hin und gucke, ob ich einen irgendwie besiegen kann, I guess? Top-Diggy. Hier ist der Pillager Outpost. Jetzt brauche ich nur noch einen mit einem Banner. Na, na bitte endlich spawnen mal jemand. Alter, Hilfe. Ja, endlich. Oh mein Gott, Bro. Let's go. Omnis Bottle? Oh mein Gott. Warte, was? Ist das, was ich glaube, dass es ist? Wenn ich das jetzt trinke, gibt das mir Trial-Omen oder Bad-Omen? Ich denke, da gibt es nur einen Weg, das Ganze rauszufinden. Bad-Omen. Ab zur Raidfarm. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die Raidfarm nicht mehr so ganz das macht, was sie soll. Ich würde sagen, ich gehe einfach dahinter in das Dorf und feite dort. Ich mache die ja easy platt. Das Wichtigste ist auf jeden Fall der Rappager, denn der ist das vorletzte Monster auf der Liste. Nice, sehr schön. Gewonnen? Nee, noch nicht. Noch eine Welle. Ach, du Scheiße. Es gibt noch eine Welle? Was? Der Letzte. Ich habe keinen Sprint mehr. Let's go. Was ist das? Ja, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, warum sind Raids so verdammt schwer? Hilfe. Warum geht das Ding nicht mehr? Das Ganze muss ich also auch irgendwann nochmal fixen. Ei, ei, ei. Und jetzt ist es soweit. Ich habe alle Monster in Minecraft gekillt. Bis auf eins. Und genau dafür brauchen wir eben diese Tür. Und dieses Monster ist das schwerste, was wir heute besiegt haben. Das Ding ist, mit dem Raid, gerade der Raid war schon sehr schwer, aber ich zähle den Raid nicht, sondern den Rappager. Und genau deswegen ist das letzte Monster, das ich in Minecraft besiegen muss, ebenfalls ein Endboss namens Elder Guardian. Und ich würde sagen, dass es diese scheiß Tempel überall gibt. Fliegen wir einfach mal random über ein Meer und finden dann hoffentlich einen. Yes. Oh mein Gott. Let's go. Wir haben eins. Moin Bob. Kann ich den? Ja, Moin. Wir both, wir both spammen Bob, Digga. So, guck mal, das Gute ist jetzt. Tür. Plup. Zu. Strahl weg. Plup. Zu. Okay, war zu spät, aber trotzdem. Plup. Zu. Digga, dass ich unter Wasser mit Bogenfalt ist. Irgendwie kum. Bro. Was? Da war der Raid ein bisschen schwieriger. Das Achievement ist geschafft. Ich habe jedes einzelne Monster in Minecraft mindestens einmal gekillt. Das Ende war jetzt ein bisschen interessant. Aber lass gerne noch ein Like und ein Abo da. Und dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.